Moin Bios. So, es wird aus Unboxing an Tüte, wie man das so sagen kann. Die Sachen sind aus dem Ultra-Store. Der Kollege hat bestellt und mir ein paar Sachen abgegeben. An Tüting. Schönes Dreischlagrohr von Bum Bum. Auf das Teil bin ich gespannt. Schönes Dreischlagrohr von Bum. Schönes Dreischlagrohr von Bum. Über die Schallern war die Tage jetzt einfach mal weg. Ich reine mal das auf. Ein paar kleine Geschenke. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.